Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu dem hüpfenden Kurel-Schnittchen in Minecraft. Winke, winke! Winke, winke! Hallöchen! Hallo! Was machst du da oben? Wolltest du jetzt den Todessprung vom Teppichrand machen oder was? Äh, nicht so ganz. Aber ich glaube, ich habe ergründet, wieso, weshalb, warum das Dach nicht so aussieht, wie du das gerne hättest. Ja. Ah, nein! Boah, bist du krank, ey. Alterschön. Aua, ich glaube, ich habe mir die Beine gebrochen. Du siehst irgendwie kürzer aus als sonst. Ja, danke. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Du hast die Trempel kaputt gemacht. Echt? Nein. Spaß. Ich muss mal sagen. Hier, ich habe dir ein paar Korystons hingeschmissen. 64er Stick. Oh, danke. So viel brauche ich gar nicht. Warte mal. Ach, nee, Sand habe ich bloß. Ich hatte eigentlich auch mal Kies. Den wollte ich dir mal aufs Auge drücken. Ja, warte. Super, jetzt muss ich außen rumlaufen wieder zum... Ähm, du? Ja? Guck mal auf meine Anzeige. Ich bin doch runtergefallen, ne? Ja. Hätte ich nicht eigentlich was verlieren müssen? Eigentlich schon. An Herzen? Ja. Also, an Herzen habe ich gar nichts verloren. Nur meine Rüstung, die ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Die ist wahrscheinlich etwas verbeult. Deswegen laufe ich auch so langsam. Das... So, ich habe mal eben... Sag mal, nimm mal jetzt mal den Kack hier mit. So, ich muss mir jetzt mal das Dach angucken. Eigentlich wollte ich ja... Guck dir mal das Dach an. Und dann bin ich ja abgestürzt, bin ich ja dann so, ja. So, dann hätten wir das Dach, äh, das Haus, soweit jetzt ja fertig. Na, ein, ein noch hier. Nicht? Ich mach das schon. Du machst das? Ich gehe mal eben zurück zum Haus. Aha. Warum verlässt du mich? Ich muss Watte holen. Höh, ich muss Watte holen. Ich hole mal Watte. Ich wollte neue Tampons machen. Nein, äh... Äh, ich brauche keine. Warte? Ähm, ich brauche, ähm... Wolle. Ja, das hat sich mit Watte... Naja, ich will nicht sagen, gleich viel Sets, aber... Boah, mein Spiel spackt wieder rum hier, du. Es leckt wie Sau. Ich habe ein leckeres Spiel. Warte, ich komm rüber. Nix. Nix. Oh, warum denn nix? Nix. Was, bist du ein Spielversalber, ey. Ja, bin ich. Super. So, ich komm nicht ins Haus, ich bin zu fett geworden. Da sag ich jetzt nix zu. Okay. So, Wolle. Haben wir. Bede, 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 warte mal. Zweimal Kieps habe ich hier. Ich hab das Dach fertig. Ich bin eine geile Sau, weil ich wusste, was falsch war. Das ist Apartheid. Jetzt sieht das richtig gut aus. Oh, ich hab sieben Blöcke Kies. Soll ich dir mal was sagen? Du hast mehr. Du hast da gerade eine so dermaßen grandiose Idee. Echt? Das glaubst du gar nicht. Ne, ich glaub, ich glaub das auch nicht. Oh, kacke. Lass dich überraschen. Scheiße, ich brauch Cleanstones. Ich komm zurück. Ja, mach mal. Warte, ich guck mal eben oben, ob ich noch Kies hab. Ja, guck mal. Ich brauch drin Kies. Aber ich glaub, wir haben nix. Hast du noch Kies? Äh, ich hab, äh, nee. Eis, ich könnte Eis mitbringen. Eis? Ja, Eis. Ich will kein Eis nutzen. Äh, nee, nee, hab ich nicht. So, warte mal. Der zauberte Kies sind hier in der Truhe drin. Die hatte ich hier reingebacken. Okay. Aber elf ist ja jetzt nicht grad viel. Nee, das ist nicht gerade sehr viel. Nee, ne? Gut. Hä? Äh, warte mal hier nicht rum, du Spiel, du. Äh, Spiel, du blödes. Oh, ich bin abgeschmiert ins Wasser. So. Wupp, wupp. Du, 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 du. Du, 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 du. Kann man aus, aus Cleanstone Slaps machen? Slaps, ja. Ja, die sind dann auch so hell, ja? Oder nicht? Äh, ja, äh, ja. Musst du mal machen, ja? Ja, ich warte erst mal auf. Oh, ich häng feste. Mein, erst. Ich komm zurück. Cleanstone. Du, du, du. So. Ich bin wieder da. Hallo. Halli, hallo, hallo. So, da bin ich. Äh, warte mal, wie viel... Guck mal, in der Truhe. Schatz rein. Jo, die nehm ich mir mal mit. Also hier sind Pflasterstein-Stufen drin, ne? Wenn du welche brauchst. Nee, genau die möchte ich gerne in Cleanstone haben. Man, das geht? Ja, bestimmt. Ja, weil man aus Cleanstone ja keine, ähm, Stufen machen kann. Ich mein, kann man schon, aber dann sehen die nicht so aus. Ja. Alte Laber, du meinst. Nein, nein, das kannst du ja probieren. Ich wollte... Mach doch mal. Ich mach auch. Lass mich nichts davon abhalten. Dass du Bescheid weißt, ja? Ich hab's ja befürchtet. Ja, danke. So. Ja, was soll denn bitte? Nee, das war falsch. Ey, was haben wir denn da? Jetzt haben wir ne Zeitung am Dach. Ich krieg gleich die Krise hier. Ne Zeitung auf dem Dach? Hm? Das find ich, äh, lustig. Zwölf Steinspiegel. So, wo ist denn unsere Gemälde? Ich versuch hier nämlich grad mal was. Ja, ich auch. Und dann zeig ich dir mal. Aber irgendwie... Boah! Boah! Geil! Das ist nur falsch. Was tue ich hier denn? Ich versuch grad was. Ja, cool. Ja, aber das ist nicht so... Boah! Was für ein... Gemälde möchtest du denn da dran fassen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, was hier rauskommt. Sehr sinnvoll. Der Anker ist ja schon nicht schlecht. Ey, bei mir spackt. Hallo? Bei dir spackt das? Aber übelst. Ich hab keine Shader drin. Ne. Ey, warum muss aber ich hier an dem Kacker-Rechner spielen? Hm, geil. Was denn? Bist du nicht zufrieden? Ne. Nicht. Gut. Ich krieg das nicht so hin, wie ich das gerne hätte. Das will er irgendwie nicht. Das ist schlecht. Oh, guck mal. Er war voll das Gemälde da drüber. Oh, schön. Ey, jetzt ist mein Bild weg. Nein, da ist es. Weiß, weiß, weiß. Nein. Ach, das gibt's die. Oh. Das geht irgendwie nicht so, wie ich... Ja, ist es denn wahr? Was denn? Ah, das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja, so ein großes Bild da drüber sieht natürlich ziemlich beschissen aus, ne? Was ist denn das für ein Gemälde? Das geht hier da und fliegen. Ja, ich bin der Bringer. Ja, das stimmt wohl. Danke. So. Hast du noch Türen? Oh, geil. Das hätte ich gerne gehabt. Oh, geil. Das hätte ich gerne gehabt. Aber? Ja, aber... Ja, warte, das lassen wir mal. Guck mal. Da kannst du noch ein zweites daneben lassen, ne? Genau, warte, ich... Doch, ich hab... Also hast du jetzt noch Türen oder hast du keine mehr? Ja, im Haus sind noch Türen. Im anderen Haus. Okay. Du musst einmal zurücklaufen. Da sind noch zwei Türen, nämlich volle Lotte drin. Ja, volle Lotte. Ich wieder mal den Weg. Wofür brauchst du denn Türen? Das werde ich dir nicht sagen. Ich habe es fast vermutet. So. Ich bin aber weg, ne? Ja, tschüssi, Schnitti. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns. So, dann gucken, ob ich das... Wo denn im Haus, weißt du das? Oh, guck mal, das sieht ja auch geil aus. Sollen wir das so lassen? Guck mal. Äh, ja. Warte mal. Wo im Haus? Oh, geil, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich hab das, was ich habe... Oh, das hast du schön gemacht. Ja, hab ich schön gemacht, ne? So, blubblub. Was hast du? Oh, ich werd mich hier schon zurechtfügen. Äh, unten. Ah, ich hab sie. Unten, 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 unten. Oh, das ist cool. Guck mal, über den Türen. Wow. Ich guck mir das gleich mal an. Voll edel. Äh, gut. Ich werd jetzt mal was anderes machen. Warte mal. Dafür brauch ich die hier. Hallo, ich hänge. Hallo, wie du hängst. Ja. Wo hängst du denn wieder? Ich hing zu Hause an der Tür. Bist du wieder voll am Abhängen, wa? Ja. So ein bisschen. Ja, ist ja furchtbar mit dir. Aber nur ein bisschen. Tadaa. Was stehst du da draußen rum? Was hast du jetzt schon wieder für Blödsinn vor? Ach, da wolltest du auch die Mähl dünn hängen? Nee, da könntest du mal, ja, hier so ein Fahnenmast. Irgendwie, die könntest du mal oben auf den Turm machen. Nee, wir machen jetzt was anderes. Ja, oder innerhalb, dass du den von außen siehst. Ja. Und da müssen wir mal gucken, was schreibt man dann da drauf. Hä? Guck mal bei mir, wie das bei mir aussieht. Ist ja voll lustig. Ich hab da irgendwie so ein Pinocchio und so ein Eierkopf mit dem Spazierstock. Die sieht ja voll lustig aus. Ja, ist cool, ne? Nein, pass auf. Ach so, Druckplatten brauchen wir noch, ne? Ja. Ey, ich will hier rein. Ach, du hast Druckplatten gemacht. Wie geil ist das denn? Was hab ich gemacht? Druckplatten vor die Tür. Ich hab mich schon gewundert, warum die Türen einfach zugehen. Warte mal, ich muss noch mal eben gucken. Ich probiere das aus. Warte mal, so jetzt. Oh, das wird hier die... Ultimative Kacke. Nee, das wird die ultimative Kacke. Nee, das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus, definitiv. So. Okay, das machen wir wieder weg. Flütsch. Und... So. Nein. Ich wusste, dass das hier nicht funktioniert, was ich mir vornehme. Guck mal, wie findest du das? Ich gucke. Ich gucke mal, was ich mir vornehme. Aha. Das sieht interessant aus. Ja, aber nicht so, wie ich das gerne hätte, irgendwie. Okay. Irgendwie gefällt mir das nicht. Irgendwie sieht das scheiße aus, so. Ich gucke mal, was meine Cleanstones so machen. Ja, guck mal. Ja, ich gucke mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Irgendwie gefällt mir das nicht. Aber irgendwie muss ich hier was... Du bist fertig. Du bist fertig? Ja, da bist du schon mal länger. Die Cleanstones sind fertig. Pass mal auf, was du sagst. Kann man aus Cleanstone auch Zaun machen? Nee. Nee, das geht nur aus Cobblestones, ja? Ja. Und wie geht das? Weißt du, Zaun? Ja, oder hast du noch vier Stück für mich? Steindinger, Steinmauern? Ja, hier. Vier Stück hätte ich gerne. Wo bist du denn? Wo bist du? Warte, komm. Hier hinten. Hallo. Vier Stück brauchst du? Ja, vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Bitte. Tschö. Eins, zwei, drei, vier. Gott, du den Papier. Ich danke dir. Ich finde den Ausgang nicht. Ach da. Das ist schlecht. Ich überlege gerade, wie ich hier die Lämpchen machen könnte am besten. Du, Schätzelein. Ich habe da eine Idee. Ich habe auch eine Idee. Könntest du mir mal dein Gehör schenken? Ja, ich schenke dir mein Gehör. Pass mal auf. Guck mal, wenn du hier drinnen stehst, ja? Ja. Dann hast du ja rechts und links die Türme. Ja. Und dann hast du auch gleich rechts und links die Leitern. Ja. Du kannst aber durch die Türme ja auch rauf und runter. Wir haben da ja einen Eingang gemacht. Also könnten wir uns doch die Leitern da an der Mauer sparen. Ja. Und nur eine in der Mitte machen. Dann ist es vom... Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Weil rein theoretisch ist es ja Blödsinn, die da so... Ja, warum? Zu haben. Nee, nee, gut. Ich dachte nur. Ja. Das war nur so eine Fluxi-Idee. Ja, macht ja nichts. Warte mal. Ja, ich probiere mal. Ich habe da schon eine Idee. Okay. 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 Dann... Ich mache mal draußen den Weg. Ja, mach mal. Aber irgendwie... Warte, jetzt muss ich mal gucken, ob das auch funktioniert noch. Yo. Oh, es brennt, es brennt. Die Feuerwehr. Oh, kacke. Okay, funktioniert. Warum tut es das? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wieso? Nee, ich weiß es wirklich nicht. So, ich mache jetzt hier mal sowas und dann werden wir da was... Ich mache mal sowas. Ich mache einfach mal was. Ja, mach mal. So. So. Dann, 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 dann. Ähm, wo bist du? Das sage ich dir nicht, dann kommst du auch da hin. Du bist draußen, habe ich recht? Ja, ich bin draußen. Okay, wenn du gleich Zeit hast, ja? Ja, ich komme jetzt. Augenblick. Ja, warte. Da musst du mir mal folgen. Ich komme sofort. Ich muss mal eben noch hier was machen. Ja, ja. Brauchst du vielleicht Hilfe? Ach, Kies. Ei, der Daus. Was hast du vor? Lass mich raten, ein Weg. Schön. Das sieht gut aus. Warte. Oh, nein, nein, nein. Das war falsch. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht so wirklich. Ja, sehr schön. Ja. Ich sammle mal die Stufe ein. So. Ohne mir den Hintern zu verbrennen. So. Und so. Wow, das wird ja richtig. Dann kannst du die Fackeln noch an dem Tor rechts und links wegnehmen, oder? Wenn du dir da so Dinger hinbaust. Ja. Und lichttechnisch reicht es ja eigentlich schon in Lärm aus. Das wird aber kritisch. Aber das ist nur Kufritoptik. Ja, dann sind die halt verloren. Ist auch nicht so schlimm. Boom. Du hast ja jetzt einen Augenblick Zeit. Ja. Ich will dir was zeigen. Ich will dir was zeigen. Komm schnell. Komm schnell. Ja, warte, warte. Ich muss ja eben noch. Ja, warte. Dann sagt er ja und komm nicht. Ja, komm los. Geh lauf vor. Ich komme hinter dir her. Ich folge dir. Schön hier, ne? Ja. Wuhu. So, tust du mir gefallen? Ja. Geh mal vor. Oh, cool. Haha, mir ist das nämlich auf den Keks gegangen, dass man immer nach unten rennen musste. Ey, das ist cool. Ja, gefällst dir? Das hast du super gemacht, Ölöken. Ach, danke schön. Schön. Extra mit Steinmauern rechts und links. Aber ich finde der Koppel, äh, der Cleanstone ist so extrem hell, oder? Nee. Okay, bei dir nicht. Bei mir, oder? Nee, bei dir ist das so, ja. Aber das ist nicht schlimm, oder? Nee, das ist cool. Das hast du gut gemacht. Nee, das ging mir auf den Keks, dass du immer runter rennen musstest. Hast du vielleicht noch Druckplatten hierfür? Nee, ich habe keine mehr. Da müssen wir gleich welche machen. Aber wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal eine kleine Pause. Okay. Sonst hätte ich nämlich gesagt, wie macht man die da manchmal? Aber das mache ich beim nächsten Mal. Genau, so, wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.